Ja, aber wir sind voll die Churis. Keine Ahnung, womit das gerade gemacht hat. Ein deutscher Dackel. Unicorn. Mein Unicorn. Tada, bitch. Hi, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in London angekommen. Ja, es ist unser erstes Mal in London. Wir erkunden London einfach mal und wir nehmen euch dann einfach mal mit. Jetzt sind wir in Paddington. Pen? Paddington. Ich bin total überfordert und ich hoffe, wir steigen jetzt in die richtige Bahn, um ins Hotel zu kommen. Wie lange sind wir jetzt hier in London? Gefühlt eine Stunde. Wahrscheinlich schon viel länger, aber wir sind voll die Churis. Überall Fotos, Höhe-Kameras. Aber warum nicht? Wir haben gar nichts was da. Sonne scheint, das ist voll geil. Wir haben richtig einen schönen Stadtteil hier in London erwischt. Das ist so toll. Und das ist unser Hotel. Das ist ja wie Alice im Wunderland hier. Genau, du musst dann ja auch ein Eat-Me-In-Cake essen, damit du auch durchpasst durch die Tür. Oh, ist das süß. Das ist unser Schlafzimmer. Das Essen. Mein Sessel. Das ist immer nett, dass du meinen Koffer mitbritzt. Ne, finde ich auch. Ja, schau. Voll süß hier, echt ernsthaft. Und dann? Echt auf. Süß. Peace. Oh Gott, ist das niedlich hier. So süß. Ja. So klein die Badewanne, dann pass ich ja noch nicht mal rein. Ich hoffe, nein? Ja, so eine typische englische Aussicht wahrscheinlich zum anderen Balkon. Hallo. Also, Hotel gefunden, check. Umgezogen, check. Was gegessen, check. War sehr lecker und preiswert auch okay. Und jetzt butchern wir gerade mal ein bisschen so die Gegend herum. Es ist echt schön hier. Es ist echt eine schöne Gegend hier. Eigentlich sind wir auf dem Weg zum Hyde Park. War das Wetter heute echt mitspielt? Hallo. Guckt euch mal die Wolken an. Da sind keine. Mir gefällt es hier. Ich glaube, ich bleib erst mal ein paar Tage hier. Keine Ahnung, womit das gerade gemacht hat. Mir war danach. Ah, wir haben den Hyde Park gefunden. Yeah. Applaus. Applaus in die Kommentare. Ich habe den Hyde Park gefunden. Ja, und das ist halt wie der Stadtpark in Hamburg eigentlich. Grün. Und voller Leute. Überall sitzen sie rum. Wir hätten wir gar nicht kommen brauchen. Wollen wir nach Hause hören? Ein deutscher Dackel. Mitten in London. Geiler Scheiß. Was ein Baum, ey. Hört ihr? Da oben sind Sittiche. Wir sind mitten in London. Und da fliegen Sittiche umher. Hey, voll cool. Eichhörnchen haben sie ja auch. Voll süße Kleine. Ich weiß aber gar nicht, wie Eichhörnchen auf Englisch heißt. Wie heißt das hier, wo wir sind? Harrods. Harrods. Mit den ganzen Bling-Bling. Aber jetzt sind wir in meiner Abteilung Essen. Also Essen ist ja schon geil, ne? Blumen sind auch okay. Aber jetzt kommen die Süßwaren. Wow, ich bin geflasht von diesem Einkaufszentrum. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Preisklasse. Wir haben uns was Schönes gegönnt. Also ich habe mir so ein Marshmallow mit Kokos gegönnt. Und irgendwie so ein Baiser mit Pistazien- und Rosé-Geschmack. So, nachdem wir uns so eine schöne Pizza gegönnt haben, gibt es jetzt nochmal einen Nachtisch. Wollen wir mal ein Marshmallow-Unicorn. Mein Unicorn. Ich habe mir noch so einen mit Pistazie und Rosé geholt. Und wir werden das jetzt mal probieren. Und wir werden das jetzt mal probieren.